Peter Maffay und seine Freundin Hendrikje gehen seit 2015 gemeinsam durchs Leben. Doch wer ist die hübsche Frau an der Seite des Musikers? Lernen Sie in unserem Video näher kennen. Beim Tabaluga-Partnertag in München 2016 bestritten Peter Maffay und Hendrikje ihren ersten gemeinsamen Auftritt. Seitdem zeigen sie sich immer wieder zusammen auf Events und scheinen verliebt wie am ersten Tag. Dieses süße Foto entstand im Januar 2022 bei der Premiere des neuen Kinofilms Sing, die Show deines Lebens. Hendrikje verzaubert dabei immer wieder mit ihrer fröhlichen Ausstrahlung und sieht mit ihren blonden Haaren und den strahlend blauen Augen einfach umwerfend aus. Die Blondine und den Musiker trennen 38 Jahre Altersunterschied. Das scheint jedoch überhaupt kein Problem zu sein. Die zwei sind nicht nur privat unzertrennlich, sondern machen auch beruflich gemeinsame Sache. Vor ihrer Beziehung mit dem Sänger arbeitete Hendrikje zwar noch als Lehrerin, doch dieser Job ist nun Geschichte. Seit Jahren arbeitet sie bereits für Maffays Tabaluga Stiftung. Bei ihrer neuen Arbeit fühlt sich Hendrikje sehr wohl. Ich bin ein Teil von Tabaluga, erklärte sie der Bild und fuhr fort. Am meisten Spaß macht mir die Arbeit mit den Kindern. Außerdem liebt Hendrikje die Musik. Als Backgroundsängerin steht sie gemeinsam mit Peter Maffay auf der Bühne. 2018 erblickte schließlich Tochter Anouk das Licht der Welt und macht das Familienglück perfekt. Was für ein tolles Paar. bulmusik buch